Wow, das ist ja nicht mal links, was ich sag! Wir sind ja nicht mal links radikal! Das ist einfach nur normal! Oh, das ist ja nicht mal links, was ich sag! Wir sind ja nicht mal links radikal! Das ist einfach nur normal! Aller als Nazis! Halt die Fresse, wenn du dich nicht von Nazis distanzierst! Mit ihnen marschieren geht's, als wäre nix passiert! Halt die Fresse, wenn du meinst, AfD ist schon okay! Das ist ne Nazi-Partei, du weißt, was du da willst! Halt die Fresse, wenn du für Tage Deutschlandfrage hilfst! So tust, als bedeutet das nicht! Halt die Fresse, wenn du relativierst! Wegen Menschen wie dir hat das verfickte Dritte Reich funktioniert! Oh, das ist ja nicht mal links, was ich sag!